Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich beim heutigen Gespräch rund um die Republik Kosovo, ihre Gegenwart und ihre Zukunft mit dem Botschafter der Republik Kosovo in Österreich Exzellenz Lul Simplana, den ich in weiterer Folge noch näher vorstellen werde. Mein Name ist Lukas Mandl, österreichischer Europaabgeordneter und in vielfacher Weise mit der Republik Kosovo und der Zusammenarbeit Österreichs und der Europäischen Union mit der Republik Kosovo befasst, in der österreichisch-kosovarischen Freundschaftsgesellschaft parlamentarisch als Kosovo-Schattenberichterstatter des Europäischen Parlaments, überparteilich als Leiter der Kosovo-Freundschaftsgruppe hier im Europäischen Parlament. Ich melde mich heute aus Brüssel und bin dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, dem IDM, sehr, sehr dankbar mit Erhard Bussek an der Spitze dafür, dass das heute stattfinden kann und bin froh, dass ich ein bisschen durch das heutige Gespräch führen darf. Bevor ich Lul Simplana, den Herrn Botschafter, näher vorstelle, reiche ich das Wort weiter an den Direktor der Diplomatischen Akademie und den erfahrenen Diplomatenbotschafter Emil Briggs. Bitte, Emil Briggs. Danke vielmals, lieber Lukas Mandl. Ich darf Sie namens der Diplomatischen Akademie zu dieser Gemeinsam und Veranstaltung mit dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa und der Botschafterrepublik Kosovo sehr herzlich begrüßen. Normalerweise finden die Antrittsvorlesungen der Mitteleuropäischen und Südosteuropäischen Botschafter real an der Diplomatischen Akademie statt. Wir haben diesmal noch einen virtuellen Rahmen, hoffen aber bald wieder alle, auch unsere Freunde aus dem Kosovo wieder persönlich einladen zu können. Die Diplomatische Akademie ist ein guter Ort für so ein Gespräch. Der Herr Botschafter weiß das genau. An diesem Ort wurden teilweise kosovarische Spitzenpolitiker ausgebildet, die in Ministerfunktionen tätig gewesen sind. Wir sind auch froh, dass wir immer wieder auch Studenten aus dem Kosovo bei uns haben. Diese Veranstaltung mit einem neuen Botschafter ist natürlich etwas, was auch die Gelegenheit bietet, noch einmal darauf hinzuweisen, auch für die Republik Österreich, dass wir Gott sei Dank in Österreich einen breiten Konsens, einen politischen Konsens haben, Republik Kosovo wie am Weg zur europäischen Integration in die Europäische Union zu helfen, wie schwierig immer dieser Weg zu sein scheint. Erlauben Sie mir am Beginn ein klares Wort auch zu sagen von meiner Seite. Ich spreche nun hier als Direktor der Akademie und nicht als offizieller Vertreter der Republik. Für mich ist eine Schande, dass es leider immer noch EU-Staaten gibt, die Kosovo diplomatisch nicht anerkannt haben. Herr Botschafter, ich sage das bewusst auch bei dieser Veranstaltung und Österreich ist sicher jemand, der daran arbeitet, dass sich hier etwas nachhaltig ändert. Der Titel ihres Vortrages ist Kosovo ein Mehrwert für die Europäische Union und das sagt eigentlich schon alles. Es geht um Stabilität, nicht nur in ihrer Region, sondern in gesamter Europa und dafür kann Kosovo einen wertvollen Beitrag leisten. In diesem Sinn, Herr Botschafter, herzlich willkommen. Ich bedanke mich, dass wir hier dabei sein dürfen und darf das Wort an Dr. Erhard Busseck weitergeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Erhard, dein Mikrofon war, glaube ich, abgeschaltet. Wir hören dich. Hören die anderen Erhard Busseck? Leider nein. Wir können dich leider nicht hören. And I would kindly ask the people in the studio not to switch off my microphone, since the hours can't hear you. Now it's okay. Now we can hear you. Jetzt können wir dich hören, lieber Erhard Busseck. Ich verweise darauf, dass die Relation zu Kosovo, aber auch zu den Dingen, die vorher passiert sind, bevor es zu dieser Entwicklung und dieser Unabhängigkeitserklärung kam, ein starkes Andersmau in Österreich hier gegeben hat. Ich erinnere mich an die Aktionen, die wir hier durchgeführt haben. Ich habe damals als Wissenschaftsminister einiges gemacht im Hinblick auf die Situation der Studenten. Wir haben einer alten Regelung folgend, die noch aus der Monarchie kommt, für Studenten des Kosovo, den freien Zugang zur Universität eröffnet, ohne entsprechende Bezahlung. Und ich treffe heute noch sehr viele Kosovaren, die seinerzeit davon Gebrauch gemacht haben. Und ich kann nur sagen, ein bisschen bin ich stolz darauf und ist auch eine ganz selbstverständliche Maßnahme, die auch unter die Kategorie Menschenrechte fällt. Umso mehr, und hier kann ich Emil Briggs noch recht geben, ist die Situation, dass wir schon in der EU allein nicht die durchgehende Anerkennung haben von Kosovo. Wir hatten auf einer ähnlichen Welle ein Gespräch mit dem gegenwärtigen Vorsitzenden der Visegrad-Staaten, das ist ein polnischer Staatssekretär. Und wir haben ihn bei der Diskussion abgemahnt, er möge doch auf die Slowakei eindringen, hier einen Schritt voranzugehen, weil die unserem Gefühl nach die geringsten Probleme hier hätten. Aber es eredet sich dann immer der eine auf den anderen aus. Also was sie daraus entnehmen können, keine einfache Situation für Kosovo. Wobei aus meiner persönlichen Kenntnis von Kosovo ich sagen muss, es hat seit der offiziellen Unabhängigkeit 2007 dieses Land ungeheuer viel erreicht und zustande gebracht. Es werden immer nur Nachrichten gebracht darüber, was alles fehlt und alle Mangelerscheinungen und dergleichen mehr. Also hier kann man sagen, großartig, was hier geschehen ist und immer auch mit dem Regenproblem, der bislang fertig geworden ist. Denn es gibt ja eine außergewöhnliche hohe Geburtenrate, die etwas abgeflacht ist. Aber trotzdem ist Kosovo ein junger Staat. Und das allein ist schon eine interessante Herausforderung. Herr Botschafter, Sie können sicher sein, dass Sie mit Freunden aufgenommen sind hier in Österreich und dass wir hier mit Ihnen mitdenken. Auch das Institut für den Donnerraum und Mitteleuropa hat sich hier immer engagiert. Und ich persönlich freue mich, wann ich wieder die Gelegenheit habe, in den Kosovo zu kommen. Nicht nur um Ihre Staatspräsidentin zu besuchen, auf deren Bild ich hinter Ihnen ja schon hingewiesen habe, sondern überhaupt hier die Verbindungen enger zu haben. Ich mache noch eine Nebenbemerkung. Wir haben vom Institut für den Donnerraum und Mitteleuropa eine Aktivität in Kooperation mit dem österreichischen Parlament. Das ist die Demokratiewerkstatt, um den jungen Menschen das Umgehen mit der Demokratie beizubringen. Das ist bislang von Kosovo sehr gut durchgeführt worden. Und ich bitte Sie, das entsprechend vorzusetzen, weil das wieder ein Beispiel für andere ist. Wir haben in Montenegro etwa begonnen. Wir werden nach Nordmazedonien gehen. Wir werden es wahrscheinlich auch in der Slowakei hier machen, um auch hier die labilen Zustände etwas zu verbessern. Also in dem Sinne sind Sie auch ein Beispiel, an dem wir alle lernen können. Damit Sie nicht nur den Eindruck haben, Sie sollen ständig belehrt werden, sondern wir lernen auch von dem, was Sie tun. In dem Sinne auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich danke allen, die uns geholfen haben, das zustande zu bringen und gebe jetzt von mir aus weiter an Lukas Mandl, wenn ich für seine Vorsitzführung und sein Engagement in der Freundschaftsgesellschaft. Und es geht wesentlich auf ihn zurück. Von Herzen danke. Du bist ja wirklich ein ausgezeichneter Europäer. Bitte Lukas. Vielen Dank, lieber Erhard. Besonders aus deinem Mund ist das natürlich balsam auf die Seele. Ich freue mich, dass wir jetzt überleiten können zu Lul Simplaner. Was der Kosovo geschafft hat, hat er auch geschafft, weil er viele Freunde hat. Und viele Freunde hat man, wenn man selbst Freundschaft lebt. Und das tut die Republik Kosovo. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass Erhard Busek damals durchgesetzt hat, dass junge Kosovarinnen, Kosovan beispielsweise studieren können in Österreich, wie Erhard das nebenbei erwähnt hat. In Wahrheit, glaube ich, war das ein großer Schritt vorwärts für eine ganze Generation. Einer von denen, die in Österreich studiert haben, ist der ehemalige Außenminister der Republik Kosovo, Enver Hocai, den ich jetzt deshalb auch erwähne, weil er als Minister war, als Berater den heutigen Botschafter Lul Simplaner hatte. Lul Simplaner war dann in weiterer Folge stellvertretender politischer Direktor des kosovarischen Außenministeriums, war dann Botschaftsrat des Kosovo in der Bundesrepublik Deutschland und ist jetzt Botschafter der Republik Kosovo in Österreich. Ich freue mich sehr über die gute Zusammenarbeit und freue mich, dass wir in einer Zeit dieses Gespräch führen können, in der, wie sollte es auch anders sein, nicht alle Probleme gelöst sind, aber gerade ein Aufblühen, gerade auch in der politischen Landschaft im Sinne der Breite, der Stabilität, des Zusammenhalts überparteilich in Kosovo zu erleben ist. Ich hoffe, das führt auch zu Reformen, einem guten europäischen Integrationsprozess, einer Aussöhnung mit Serbien und der großen Dinge, die man locker aussprechen kann, die aber ganz schwierig zu erreichen sind, wie wir wissen. Aber Kosovo ist schon jetzt ein Mehrwert für Europa und wenn Europa diesen Mehrwert zu schätzen weiß, dann gelingt auch die europäische Integration. Letztlich ist die EU nur dann sinnvoll, wenn sie sich ums gesamte europäische Territorium kümmern kann, wenn jede Europäerin, jeder Europäer die Möglichkeiten der Unionsbürgerschaft erhält. Und das sind die Kosovarinnen und Kosovaren auch in ihrer eigenen Einstellung unter den Allerersten, weil sie wirklich europäisch gesinnt sind. Aber jetzt bin ich gespannt, was der Herr Botschafter uns sagt. In weiterer Folge wird es die Möglichkeit geben, sich zu Wort zu melden. Bitte das im Chat zu machen. Ich habe hier vor mir gleichzeitig mein Smartphone liegen und kann im Chat sehen, wer sich meldet und werde dann versuchen, Teilnehmende aufzurufen für Wortmeldungen in dem Sinn, wie eine Gesprächsleitung eben gedacht ist. Keine Kurreferate, nicht zu viel doppelt, aber vor allem eine lebendige, ergiebige Diskussion, die wir mit dem Herrn Botschafter Lulzim Planer sicher haben werden. Lieber Lulzim, ich übergebe dir jetzt das Wort und bin gespannt auf deine Ausführungen zu Kosovo. Ein Mehrwert für Europa. Lulzim, bitte. Vielen Dank, lieber Lukas. Sehr geehrter Herr Dr. Busek, als Vizekanzler, Sie haben wirklich auch ganz, ganz Großes geleistet. Sehr geehrter Herr Botschafter Briggs, ich denke, Sie alle haben wirklich einen ganz, ganz großen Beitrag für die Staatsbildung. Und deswegen ist es auch für mich eine außerordentliche Ehre, hier gemeinsam mit Ihnen auch dann über den Weg Kosovo oder über die Errungenschaften, was da Kosovo bis jetzt erreicht hat, gemeinsam zu diskutieren. Und auch dann über die paar Punkte, die auch schon hervorgehoben haben, würde ich mich dann freuen, dass wir nochmal in die Detail, also wie die Demokratiewerkstatt oder eben auch die bilaterale Projekte auch mit der Diplomatischen Akademie oder auch mit der IDM gemeinsam das noch zu besprechen. Sie haben alle einen großen Beitrag, wie gesagt, für die Staatsbildung Kosovo. Also daher bitte lassen Sie noch mal auch im Namen allen Kosovaren nochmal einen ganz großen Dank da noch aussprechen. Was im heutigen Vortrag dann so anbelangt, natürlich habe ich auch dann diesen Titel ausgesucht und da dies auch dann sehr geeignet, wenn man das so sieht, dass besonders was da sehr über die sehr gute und exzellente bilaterale Zusammenarbeit zwischen Kosovo und Österreich erreicht wurde. Und ich denke, die Unterstützung Österreichs war vor allem durch sehr viele Investitionen und vor allem würde ich auch nochmal eben auf dem Bildungsangebot, was Sie da auch dann, Herr Dr. Busack, erwähnt haben, auch erreicht. Vor allem würde ich sagen, zuallererst auch in Friedensicherung für den Balkan, also nicht nur für Kosovo. Und dann für Kosovo im Nachhinein auch im Bildungsbereich, was da erreicht wurde. Oder dann mit den verschiedenen Projekten durch die ADA, durch die Entwicklungsorganisation und für die Zusammenarbeit für die Jugendlichen. Ich denke, das hat auch für die Kosovo und Kosovanen so wie ein Mehrwert gebildet. Und ich denke, das kann auch dann ein Gewinn auch für die Europäische Union sein. Und ich denke, nicht nur, dass wir gemeinsam in einem Kontinent geben, sondern es ist wirklich ein Mehrwert auch für die Großfamilie, sprich für die Europäische Union. Ich würde es auch nochmal kurz über die aktuelle Lage in Kosovo eingehen. Sie wissen, dass wir hatten in den letzten Jahren auch mit so vielen Wahlgängen zu tun. Aber seit dem 14. Februar jetzt hatten wir die Wahl und jetzt haben wir eine neue Regierung, die ist schon seit zwei Monaten dann noch im Amt. Und natürlich weiterhin, es wird die innenpolitische Entwicklung von den Reformprozessen herausgefordert. Die neue Regierung hat gestern im Parlament das neue Regierungsprogramm vorgestellt. Und natürlich, das hat auch dann ganz wichtige Aspekte und dann eben das Wohlstand und Schaffen von Arbeitsplätzen als einer der Prioritäten gesetzt. Aber natürlich sind dann auch so außenpolitische Themen wie die Stärkung der Subjektivität des Landes, aber auch dann das Engagement im Dialog mit unseren nördlichen Nachbarn Serbien, das natürlich als Endergebnis die gegenseitige Anerkennung hat. Die Republik Kosovo ist eine sehr junge Gesellschaft und mehr denn je sind die Erwartungen der jungen Kosovo waren auf eine Perspektive, die auf Besserung der wirtschaftlichen Lage natürlich und Rule of Law und auf die europäische Integration natürlich gesetzt. Aber mehr als weniger, also mehr als je, wir brauchen jetzt nochmal diesen Kontakt. Also sprich innerhalb der Europäischen Union oder mit der EU bräuchten wir, um was da wirklich auch dann noch hier hervorzuheben wäre, wäre dann die Visa-Liberalisierung, die Bewegungsfreiheit der Jugendlichen, wenn wir wissen, dass über 70% der Kosovo waren unter 35 Jahre alt sind. Also daher, also stellt man sich dann so vor, wie ist das wirklich der Bedarf ist und vor allem auch dann im Bereich der Wissenschaft und auch im Bereich der Kultur dieser Austausch in dieser Nähe da wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Natürlich hat uns auch dann in der letzten Zeit auch die Pandemie auch getroffen und natürlich wurde das automatisch auch als Priorität auch betrachtet. Also daher muss ich hier auch noch betonen, dass die Republik Österreich Kosovo sehr viel unterstützt hat und am Anfang auch dann mit Kids auch finanziell, aber auch dann in der letzten Zeit auch mit den Impfstoffen, dass dann auch noch von der EU und gemeinsam wirklich dann diese Pandemie auch eine, eine Gegenwirkung dann so entsetzen, also entgegentreten. Zu den Beziehungen mit Österreich, natürlich die Republik Kosovo kriegt sehr gute bilaterale Beziehungen. Also historisch auch gesehen, natürlich Österreich unterstützt Kosovo auf dem euro-atlantischen Integration oder auf diesem Wege. Natürlich, ich muss dann hier auch noch betonen, zu dem Thema mit Visa-Liberalisierung, diese Bewegungsfreiheit muss ich auch noch ganz großen Dank aussprechen, der Bundesregierung hier in Österreich, wo sie dann auch im Regierungsprogramm ganz genau gezielt hat, dass Kosovo auf diesem Weg unterstützt wird. Also ganz großen Dank auch am Bundeskanzler und an die Regierung oder auch Koalition für diese Unterstützung. Und wenn man auch dann den europäischen Weg da noch sieht, natürlich, es gestaltet sich dann auch politisch, wir bräuchten weiterhin noch Unterstützung, was diese Bewegung, also Bewegungsfreiheit und Visa-Liberalisierung. Und natürlich, all dieser Weg gestaltet sich auch sehr schwierig, manchmal auch unvorhersehbar, wenn man auch dann die innenpolitische Lage auch nur sieht. Aber natürlich Kosovo bleibt auch wirklich fest dabei und natürlich die Unterstützung Österreichs in dem Falle, aber auch dann die EU bleibt auch weiterhin als ein Ansporn, uns nicht von diesem Weg entmutigen zu lassen. Also das heißt mit aller Kraft natürlich und die Einstellung der Kosovaren, das muss man hier auch noch betonen, dass es immer so pro-westlich ist. Und natürlich, das freut uns sehr nochmal gemeinsam, diesen Weg auch zu bestreiten. Als wichtiges Thema, was da wirklich auch dann für meine Zeit hier als Botschafter, natürlich kam die Pandemie, aber natürlich, man stellt ja immer die Frage, was kann man auch dann für die Vertiefung der beiden Länder oder der bilateralen Zusammenarbeit auch noch tun, wenn es dann politisch wirklich eine sehr gute Basis der exzellenten Zusammenarbeit besteht. Natürlich bleibt dann auch dann die Wirtschaft. Also wir haben, als der Herr Dr. Busek auch dann eben auch mit Gesundheitssystemen so angedeutet hat, natürlich bleiben diese wichtigen Pfeile auch dann für mich hier als Botschafter, aber auch dann demnächst, dass wir weiterhin auch dann in diesem Bereich vertiefen. Also Wirtschaft und Gesundheitswesen. Und vor allem bleibt es dann auch dann dadurch, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen in Kosovo sehr wichtig ist. Das wäre also ein sehr wichtiger Ansatz, wenn man das auch noch erwähnt, dass es muss so eine Art, eine Win-Win-Situation auch noch kommen zwischen den beiden Ländern. Und das wäre dann nur wichtig, dass wenn man auch dann in Kosovo eine Perspektive gibt, also sprich noch mehr Arbeitsplätze und Produktion, mehr Warenaustausch zwischen den beiden Ländern. Ich denke, das wird es auch dann weniger Leute auch noch geben, die zu den Gedanken kommen, als perspektivelos die Region oder das Land selbst auch so zu bezeichnen. Also daher wird es auch dann wirklich von uns aus gemeinsam auch dann mit Ihnen und auch, lieber Lukas, auch mit der Initiative oder der Freundschaftsgruppe, was wir hier haben, ein ganz wichtiger Pfeiler, unsere sehr gute Zusammenarbeit, denke ich mal, würden wir gemeinsam auch dann diesen Weg eingehen. Also nochmal wirklich auch einen großen Dank auch in diesem Bereich. Der Wirtschaft, der Austausch, natürlich zeigt eine steigende Tendenz, aber wir sollten uns da wirklich nicht zufrieden geben. Wir haben, Österreich zählt in Kosovo zu den Top-Five-Investoren, also wirklich, dass da wirklich ein sehr gutes Image hat. Und wir sollten es dann dabei nochmal schauen, dass wir hier auch noch mehr Unternehmen überzeugen, in Kosovo weiterhin einen Schritt weiter zu erwägen, zu investieren, wenn wir sehr gute Erfolgsstories haben im Bereich der Banking-Systeme oder im Bereich der Versicherung oder im Baubereich oder im IT-Bereich. Ich denke, es bleibt auch meine Aufgabe hier, dass wir weiterhin hier nochmal Schritte wagen, dass es nochmal zu einem mehr Warenaustausch da noch kommt. Ich sage es dann nur auch deswegen im Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten der EU. Ich denke, Österreich hat auch eine sehr gute Infrastruktur, wo wir dann mit Kosovo geografisch auch nicht sehr weit wären. Also Landewege und Luftwege, man hat die Auerflüge zweimal täglich und auch über Landeweg kann man auch dann innerhalb von zehn Stunden von Kosovo aus bis nach Österreich. Also ich denke, da können wir wirklich uns da noch mehr tun und das wird uns da wirklich eine von meinen Prioritäten hier, wo wir dann einen Schritt weiter gemeinsam auch noch fragen dürfen. Und natürlich, ich will es ja auch dann noch, Kosovo hat auch dann die besten IT-Dienste auch dann in dieser Zeit. Und ich denke, als du auch Lukas erwähnt hast, also auch Silicon Valley natürlich, also in Kosovo, wenn man das vor Ort sieht, wie es da wirklich mit all diesen Start-ups und die Möglichkeiten und all dieser Wille der jungen Gesellschaft, ich denke, das können wir auch wirklich sehr gut tun. Und natürlich, wenn Kosovo hier die Position auch noch sieht, wir sind auch hier sehr gut vertreten. Also wir haben hier drei Ehrenkonsuls, dass wir angefangen, würde ich dann auch geografisch mit unserem Ehrenkonsul in Steiermark, mit Herrn Manfred Brandner, der da wirklich auch als Vorsitzender der Freundschaftsgruppe auch noch ist. Und natürlich, wir sind auch dann sehr gut aufvernetzt mit Steiermark und wir haben hier auch in Niederösterreich, David Unger-Klein und natürlich auch unseren Konsul auch in Salzburg. Und ich denke, da können wir auch noch mehr, wirklich auch über unser Konsulate, nochmal weiterhin diesen wirtschaftlichen Aspekt hervorzuheben und dann gemeinsam auch Ideen da noch kommen, was wir da noch mehr tun können. Einen ganz weiteren Aspekt würde ich dann hier auch nochmal hervorheben, dass wir auch eine sehr gute integrierte Diaspora haben. Ich muss wirklich gestehen, das ist unser Stolz, was da hier, die gut integriert sind. Also die Generation der Gastarbeiterzeit natürlich, also es kommt so wie eine zweite Generation, wo man sieht, wie die jungen Kosovaren sehr gut integriert sind. Und ich denke, wir können es ja darauf dann auch aufbauen. Das ist wirklich so wie ein Meilenstein, das ist so wie ein Brückenstein zwischen der Republik Kosovo und Österreich, wo wir gemeinsam. Und wir haben zuletzt auch noch diskutiert bei der Diskussion bei der Generalversammlung, der Freundschaftsgruppe, auch noch mit dem Pfeiler von Diaspora mit, auch gesehen, wie das wirklich sehr aktiv ist. Und ich freue mich, dass da wirklich weiterhin noch, dass unser Diaspora auch im Gesellschaftsleben hier in Österreich da wirklich einen sehr, sehr großen Beitrag auch noch hat. Zu den weiteren Themen natürlich, was sehr wichtig ist und was ich noch hier auch noch weiterhin vertiefen möchte, bleibt es an der EU. Natürlich, Kosovo bleibt weiterhin engagiert und Richtung Europäische Union. Das ist ja die einzige und es wird schon und es ist dann tatsächlich so, dass wir, also unsere Bemühungen weiterhin sind, ist dann Teil der Europäischen Union. Kosovo hat seit 2016, seit April, das erste Vertragsverhältnis mit der EU, also sprich Stabilisierung und Assoziierungsabkommen. Und natürlich während dieser Zeit, man hat sie wirklich wieder bemüht, immer wieder bemüht, mit Reformprozessen, mit Anstrengungen, ganz diesem europäischen Weg nach vorne zu bringen. Natürlich, es war auch dann die Visa-Liberalisierung, wo wir seit 2018 nochmal warten, mit dem positiven Ergebnis der Kommission und dann auch des Europäischen Parlaments, dass wir einen weiteren Meilenstein Richtung EU bekommen. Und ich denke, wir hoffen noch, dass da wirklich uns eine Möglichkeit gibt, weil es ist ein dringender Bedarf für die Jugendlichen, zumindest auch dann für die Wirtschaft, aber auf der anderen Seite auch für die Wissenschaft und für den Austausch zwischen den Jugendlichen und ich würde es auch noch sagen, zwischen den Europäern. Wir gehören zu einem Kontinent, wir teilen die gleichen Werte und ich denke, darauf werden wir auch noch bestehen und aber auch dann der Reformprozess wird da weiterhin daran gearbeitet. Und ich freue mich, dass da auch wirklich, dass die Kosovaren wirklich auch diese Einstellung haben und gemeinsam auch die mit der Unterstützung Österreichs auch diesen Weg gemeinsam bestreiten. Eine andere Art, was da wirklich ganz problematisch, da wirklich auf unserem Weg sind, ist dann die fünf Anerkenner. Herr Botschafter Briggs, Sie haben es da wirklich und Herr Dr. Busek auch noch erwähnt, dass die fünf Nicht-Anerkenner innerhalb der EU, natürlich, es ist Kosovo ein Faktum, es ist eine Tatsache, das noch besteht. Und ich denke, dass auch diese Länder eine Botschaft verstanden haben. Natürlich, man kann die Probleme nicht innerhalb eines Kontinents ignorieren, weil sonst, die bleiben immer da bestehen. Aber was wir uns gemeinsam auch nur wünschen werden und da versuchen, dass wir gemeinsam mit unser Partner, also sprich, jetzt würde ich dann auch mit der Akademie oder mit dem Funktionenraum, der Lukas macht das auch jeden Tag im Europäischen Parlament und sieht jetzt auch dann die Reaktionen, wir müssen es gemeinsam Fakten schaffen. Fakten heißt es auch dann eben, diese Art der Kommunikation zwischen den Völkern zu ermöglichen. Also sprich, diese People-to-People-Kontakt muss es auch noch genehmigt oder muss es auch zumindest, vor allem, wenn ein Jugendlicher nach Madrid oder an spanischen Universitäten möchte oder in Slowakei oder in Rumänien. Also da soll eine Möglichkeit gegeben werden, wo es dann wirklich uns da ermöglicht, dass zumindest diese People-to-People-Kontakt zustande kommt. Und ich denke, so viel und mehr oder auch dann mit einem weiteren Schritt im Bereich der Wirtschaft, denke ich, das wäre eine gelungene Mission, wo wir gemeinsam diesen Weg auch noch bestreiten und letztendlich auch dann im Bereich, also Dialog. Natürlich Kosovo hat sich engagiert seit über zehn Jahren in einem Dialog und natürlich auch technischen und politischen Ebenen. Es war nicht ein langer, es war nicht ein leichter Prozess. Natürlich, das müssen wir uns ja auch alle noch vorstellen. Wir wissen, dass Serbien weiterhin noch wirklich zu den Säulen-Taten bekennen muss und natürlich zu den Taten, all diesen Massakern, was da auch im Regen 99, also in den 90er Jahren passiert hat. Also da muss es da wirklich auch bekennen. Und das müssen wir aber auch dann gemeinsam. Natürlich, die Perspektive ist da. Wir müssen uns da vorbereitet auf diesen Dialog und wir müssen auf diese Perspektive. Und ich denke, auch noch darauf, da noch zugreifen, dass gemeinsam können wir das noch schaffen. Ich denke, das wird auch dann seitens Brüssel das vorangetrieben. Es wird auch dann sehr bald auch eine Gesprächsrunde auch noch kommen. Also wir sehen das positiv. Aber natürlich, Serbien muss es auch dann zur Realität auch dann bekennen. Und ich denke, das soll uns dann allen auch dann gemeinsam Teil der Europäischen Union zu sein. Und vielleicht habe ich das nicht so lange, aber natürlich, ich kann noch mal auf irgendwelche, also auf Fragen da noch eingehen, wenn es da noch ist. Also das wäre nur der erste Pfad, sage ich es mal so zu Gast. Vielen, vielen Dank, Herr Botschafter, für die interessanten und umfassenden Ausführungen. Es wäre besonders schön, wenn ich das zwischendurch erwähnen darf, dass du das Silicon Valley Europas erwähnst. Weil jenseits der Problemlösung in all den Bereichen ist diese Zukunftsperspektive mit all den jungen Menschen, die im Bereich Digitalisierung tätig sind oder sein wollen, mit diesem niedrigen Durchschnittsalter und den Perspektiven, die ja nicht in der Industrie liegen, weil die ist kaum vorhanden, weil sie nicht tradiert wurde aus den alten Systemen, aber sehr wohl in der Digitalisierung liegen könnten, dass die genützt werden. Das scheint mir ein echter Überlebens- und Lebenszugang und ein Instinkt dafür zu sein. Herr Botschafter, ich kann gleich zwei Fragen an dich weitergeben, die im Chat gekommen sind, die in eine ähnliche Richtung gehen und die gehen gleich ans Eingemachte, diese Fragen. Die eine ist von Andreas Schauer, die andere von Philipp Müllegger. Andreas Schauer fragt, Herr Botschafter, gibt es für Sie zeitlich eine Grenze, wo Sie persönlich sagen, dass eine Mitgliedschaft in der Union unmöglich ist und zu weit entfernt ist? Also ich übersetze das jetzt mal, gibt es eine Stelle, bei der Sie sagen würden, der Berg ist zu steil, den kann man nicht mehr erklimmen. Und ich fasse gleich zusammen die andere Frage, wann ungefähr, glauben Sie, wird der Kosovo der EU beitreten können? Und dann gibt es noch eine weitere Frage, ebenfalls von Andreas Schauer. Wie macht man die Freundschaft Österreich-Kosovo noch stärker? Zur letzten Frage habe ich auch eine starke Meinung, nicht nur die strukturelle, dass man sich in der Freundschaftsgesellschaft engagieren kann, sondern vor allem die menschliche, indem man Beziehungen pflegt. In der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in Sport, Kultur, in den verschiedenen Bereichen. Das scheint mir ein Weg zu sein, die Freundschaft stärker zu machen. Aber Herr Botschafter, das Wort ist bei dir mit der Frage, wie wird das mit der EU-Mitgliedschaft? Ich kann mir vorstellen, was dir im Kopf auch, in deinem Kopf vorgeht bei diesen Fragen, weil vieles muss die EU beantworten, weniger der Kosovo. Dennoch, die Fragen richten sich an dich und ich bin gespannt auf deine Antwort. Danke, Lukas. Danke auch für die Fragen. Auch von Herrn Schauer. Es war und es ist nicht ein leichter Weg. Wir kennen auch dann von unseren Nachbarstaaten oder eben auch dann als Jugoslawien da wirklich so zerbrach. Wir sehen es dann, dass Länder, die daraus so entstanden sind, sind jetzt auch dann heute Mitglied der EU. Und wir wissen es ja auch dann, was für ein langer Weg das war. Und natürlich, es ist uns bewusst, dass es ein steiler Weg ist und es ist ein harter Weg. Auf der anderen Seite, wir verstehen diesen Weg oder auch im Kosovo wird dann dieser Weg auch als eine Art des Reforms und des Modernisierungs. Und deswegen wird es auch dann gleichzeitig auch so verstanden, dass es da wirklich der harte Weg, also bis zum Ziel, natürlich wird es dann nicht leicht. Manchmal kommt es auch dann zu diesen Unverständnissen, wenn man doch das sieht, dass selbst Benzauflagen erfüllen, wie jetzt das Beispiel mit all diesen Benchmarks mit der Visa-Freiheit. Natürlich, man überlegt sich dann, was kommt es da wirklich ins Stolpern? Und auf der anderen Seite, wir hatten auch dann eine neue Weltpolitik, die angepasst werden muss. Natürlich, es war auch dann nicht leicht für uns. Also wir hatten es ja auch dann Migration und es war auch dann eine Erweiterungsfatigue. Also wir hatten es ja auch dann verstanden. Aber was wir auch dann nicht verstanden haben, warum fehlt diese Einstimmigkeit? Wenn man auch selbst mit den Auflagen und all diesen Prozessen, also sprich die Visa-Liberalisierung, passt da wirklich sehr von uns. Also wir gehören zu einem Kontinent und selbst wenn man das ignoriert, natürlich dieses Problem bleibt dann auch noch entstehen. Und es wird keine andere Alternative auch noch geben. Also wir werden unsere Bemühungen weiterhin da fortsetzen. Und das wird auch dann so bleiben. Wir gehören zu einem Kontinent. Wir teilen die gleichen Werte. Und es wird ja auch dann keinen Zeitpunkt da noch geben, wo wir sagen, wir geben auf und wir gehen andere. Also wir bleiben innerhalb des Kontinents. Und natürlich jeder Mitgliedstaat, der auch dann hatte die eigene Geschichte, Teil der EU zu werden. Und natürlich, wir haben auch unsere, aber natürlich, wir erwarten noch mehrere Signale. Also sprich dann seitens der EU, dass der Kosovo nicht auf diesem Wege alleine gelassen ist. Und trotzdem werden unsere Bestrebungen und unsere Bemühungen weiterhin darauf bestehen. Und wie gesagt, also es wird dann auch als Reformprozess, als Modernisierungsprozess, aber auf der anderen Seite, Kosovo braucht auch dann positive Signale auf eine Entwicklung. Ich würde öfter noch sagen, wenn es dann mit der Visa-Liberalisierung in absehbarer Zeit klappt, natürlich, wir werden uns, also die Bemühungen werden es ja auch, dass wir vielleicht auch, jetzt wurde es ja ab und zu mal auch den Kandidatenstatus auch noch erwähnt. Aber das müssen wir auch dann nochmal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Aber wir bleiben auf diesem Weg wirklich da ganz hart. Und was wäre es dann, also Beitreten, ein Datum, also wir hatten in der letzten Zeit, ich würde sagen vor ein paar Jahren, auch von der Kommission, dass immer wieder Jahre betont wurden oder erwähnt wurden. Und dann auf der anderen Seite, es wurde jetzt mehr kein, es kamen Begriffe so wie Frontrunner und es gab verschiedene Timings auch dann, also innerhalb von Westbalkan, es waren sozusagen dreimal zwei, wo es dann, einmal gab es Frontrunner und einmal gab es auch dann die anderen, die da wirklich etwas zurück. Aber ich denke, wir müssen hier auch nur noch ganz betonen, diese Prinzipien, was man da innerhalb der EU hat, also man muss jetzt auch dann im Bereich des Balkans wirklich auch noch so formulieren, dass wir künftig nicht Probleme mit dem EU-Fortschritt haben. Also sprich jetzt, wir dürfen es ja keinen, oder die EU muss das genau auch noch sehen, das sollten es ja Länder da noch geben, ich würde es jetzt auch dann sagen, dass wir dann wirklich dann keine Art Hindernis für die anderen Länder werden. Und natürlich, diese Frontrunner wissen das auch schon und ich glaube auch dann innerhalb der EU, Lukas weiß auch noch besser und Botschafter BRICS auch von den sehr vielen Veranstaltungen, die man auch, oder der Herr Dr. Busek von den Veranstaltungen hier in Wien. Also man darf auch dieses Prinzip des Hindernisses für die anderen wirklich auch noch wegschaffen. Wir kennen jetzt aktuell, also wir hatten das Problem mit der Namensfrage, Griechenland und Mazedonien, Nordmazedonien, wir hatten das ja Bosnien, also auch hier der Dialog. Aber ich denke, das müssen wir so ganz im Klaren, konkret gemeinsam auch dann diesen Weg auch noch betreiben. Ein ganz konkretes Datum, ich will jetzt hier auch noch wirklich nicht nennen, da manchmal auch selbst, wenn man die Auflagen erfüllt, es bleibt letztendlich auch dann der politische Wille. Manchmal auch dann manche wirklich starten, das sage ich aus der Erfahrung mit der Visa-Liberalisierung, wo ganz kommt aufgrund der innenpolitischen Probleme manchmal auch das Ganze wirklich ins Stolken kommt. Und das kann ich wirklich auch dann nicht so schätzen. Ich kann nur sagen, dass unser Engagement wird weiterhin für diesen Weg bleiben, also sprich die EU-Integration, aber auch dann die Mitgliedschaft. Vielen Dank, Herr Botschafter. Es ist eine neue Frage jetzt im Chat dazugekommen. Das ist auch eine Frage, die, glaube ich, von deiner Seite ziemlich deutlich beantwortet werden kann, aber eine große Frage, auch eine wichtige, die lautet, wäre ein gleichzeitiger EU-Beitritt aller Westbalkanstaaten sinnvoll? Danke für die Frage. Ich will nur kurz zuerst, weil mir liegt da besonders am Herzen, also Freundschaft Österreich, Kosovo noch stärker zu stärken. Das bleibt auch wirklich so, also das werden wir auch gemeinsam auch noch schaffen. Es ist auch für mich nicht leicht, wenn man auch dann auch all in dieser Pandemiezeit und auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung, mit all diesen Prognosen von Kosovo oder Westbalkanstaaten. Natürlich, wenn man im Büro ist, man stellt sich immer die Frage, was kann man noch mehr tun? Und natürlich, ich habe das, also Wirtschaft erwähnt und also Politik wirklich sehr hervorragend, aber wir sollen es ja gemeinsam. Und ich denke, das können wir gemeinsam, Lukas, mit der Freundschaftsgruppe, auch dann mit unseren Freunden, auch noch hier im ganzen Österreich, nochmal das zu vertiefen. Also kulturell bleibt es auch da noch mehr zu machen. Also die Botschaft wird sich dann aktiv, also Post-Pandemic-Zeit, also wird schon auch da wirklich ergeben, dass wir mit verschiedenen Veranstaltungen nochmal uns da ganz diese Art, also diese besondere Freundschaftsbeziehung, diese einzigartige, was wir haben, nochmal hervorzuheben. Und ich freue mich da wirklich tatkräftig mit dabei zu sein. Und die letzte Frage wäre ein gleichzeitiger EU-Beitritt vom Westbalkanstaat mit Ufoll. Ich denke, das ist der Kernpunkt. Und da muss man auch genau sehen von den letzten Treffen, was wir da noch haben. Und es bestehen da manchmal auch dann diese Reibungen, wo man ab und zu mal nicht da so versteht, aber in der EU-Frage, da müssen wir auch dann wirklich gemeinsam. Und hier muss die EU, also die EU einen Beitrag leisten. Natürlich, die Unterstützung wird ja auch da noch kommen. Und ich denke, das wäre auch dann ein sehr, sehr guter Weg, wo wir gemeinsam dann Teil der EU-Familie sein dürfen. Natürlich, jedes Land wird das die Probleme haben. Ich denke, selbst wenn in einer Zeit, wo dann die Länder Mitglied geworden sind, also die Probleme, also werden schon einige dann bestehen bleiben. Aber natürlich, es freut uns ja sehr. Also die Pandemie hat auch so gezeigt, was bedeutet die Gemeinsamkeit? Was bedeutet, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen? Ich denke, das würde uns ja ganz stärken. Also nicht nur Balkan, sondern auch die gesamte europäische Union. Vielen Dank. Ein wichtiger Überblick. Es gibt einen sehr schönen Beitrag von Susanne Perkins. Sie schreibt, meine Frage war auch, wann glauben Sie, dass Kosovo zur EU kommen könnte? Aber da diese Frage schon gestellt wurde und auch beantwortet, Herr Botschafter, vielen Dank davor, möchte ich nur ein Kommentar abgeben. Als FH-Lektorin für Business English hatte ich einige Male das Vergnügen, junge Kosovaren zu unterrichten, schreibt Frau Perkins, und war von ihrer aktiven Mitwirkung und ihrem Interesse, sich weiterzubilden, sehr angetan. Daher würde ich es durchaus begrüßen, wenn Kosovo in die EU aufgenommen würde. Also was Frau Perkins schreibt, ist, glaube ich, für viele, viele Menschen, die zum ersten Mal intensiv mit dem Kosovo zu tun haben, besonders mit kosovarischen Jugendlichen, bekannt. Und eine schöne Erfahrung, dass dieser Wille zu lernen, auch der Wille zu arbeiten, die große Weltoffenheit kosovarischer Jugendlicher, wirklich etwas Besonderes ist. Und ja, auch da gilt der Grundsatz, ein Mehrwert für Europa, wie er auch der Titel der heutigen Veranstaltung lautet. So, dankenswerterweise sehe ich jetzt, dass im Q&A, das ich auf meinem Handy nicht sehen kann, Fragen da sind und die möchte ich jetzt weitergeben an Sie, Herr Botschafter, an dich, Herr Botschafter, will ich sagen, heute sind wir so offiziell, dass ich gleich Sie sage. Karl Bauer schreibt, als jahrzehntelanger Kenner des Kosovo sehe ich die Entwicklung der Märkte, vor allem in der Landwirtschaft. Die Menschen brauchen staatliche Unterstützung und ein positives Image, ihr Land weiter zu bewirtschaften. Müssten gut ausgebildet und gefördert werden, dann müsste aber auch der Import reguliert und die eigene Produktion geschützt werden, damit nicht die Milch weggeschüttet werden muss. Ich fasse das mal zusammen, Herr Botschafter, die Zeit läuft nämlich schon, wir haben nur noch eine Viertelstunde, daher gleich das nächste. Da kann ich den Namen nicht sehen, von wem das kommt, aber ich kann es vorlesen. Herr Botschafter, wie sehen Sie, steht hier den Vergleich zwischen dem Prespa-Peace-Abkommen von 2018 und dem Dialog Belgrad-Pristina. Ich nenne es ja Dialog Kosovo-Serbien, weil es sprechen nicht zwei Städte miteinander, sondern zwei Staaten. Dann haben wir hier die Frage, eine der Voraussetzungen für die EU-Mitgliedschaft ist die WTO-Mitgliedschaft. Wird zumindest in den Raum gestellt. Leider sind Kosovo, Bosnien und Serbien noch nicht Mitglied. Wie ist die aktuelle Situation und wird die EU auf die gemeinsame Aufnahme aller drei zukünftigen EU-Mitgliedsstaaten bestehen und sie miteinander jungtimieren, um sicherzustellen, dass Kosovo auch in die WTO aufgenommen werden wird, gemeinsam in Bosnien und Serbien, am besten 2022. Auch das ein großes Wort gelassen ausgesprochen. So, wir müssen jetzt ein bisschen in die Zielgerade kommen, wenn ich die vielen Fragen sehe. Ich sehe jetzt auch, alle vier Fragen sind von Günter Fehlinger, übrigens ein Inspirator der österreichisch-kosovarischen Freundschaftsgesellschaft. Der hat als Freund dazwischen, zwischen Dessert und Hauptspeise gewissermaßen zu mir gesagt, was ich davon halte, die österreichisch-kosovarische Freundschaftsgesellschaft zu gründen. Und daraus ist er ein großes Tortenstück meines Lebens geworden. Was nicht heißt, dass ich mit dem Günter immer einer Meinung bin, aber ich verlese seine Frage. Sehr geehrter Herr Botschafter, wie ist der aktuelle Stand in Bezug auf Mitgliedschaft bei Partnership for Peace, bei NATO für Kosovo und wann, glauben Sie, wird Kosovo Mitglied der NATO werden? Vor oder gemeinsam mit Österreich? So Günter Fehlinger. Und noch einmal Günter Fehlinger. Bosnien und Kosovo sind beide nur potenzielle EU-Kandidaten. Alle vier anderen Westbalkanstaaten sind das schon. Unterstützt Österreich den EU-Kandidatenstatus von beiden, Kosovo und Bosnien, jetzt in Juni 2021. Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn ja, was wird unternommen, um das nun durchzusetzen? Und bitte nicht auf den Dialog verweisen. Belgrad kann kein Veto über die EU-Mitgliedschaft von Bosnien und Kosovo haben. Da muss ich als Gesprächsleiter wirklich auch den Herrn Botschafter langsam in Schutz nehmen, weil das sind vielfach Fragen, die zum Beispiel ich in meiner parlamentarischen Verantwortung beantworten muss. und seitens der Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union behandelt werden müssen. Aber ich gehe gerne auch darauf ein. So, ich muss jetzt das schließen. Hier bitte keine neuen Fragen posten, aber die vorhandenen stelle ich noch. Und der Herr Botschafter hat ja schon den Stift gezückt, damit alles mitgeschrieben und beantwortet werden kann. Caroline Jäger-Klein schreibt, wie steht es denn mit dem UNESCO-Beitritt des Kosovo? Wie mit den UNESCO-Welterbestätten in Kosovo und deren Monitoringmöglichkeiten seitens des Staates? Anlassfall? Kloster Decan ist aktuell auf der Liste der sieben Most Endangered Sites seitens Europa Nostra. Prof. Jäger-Klein, IZOMOS-Präsidentin Österreichs und des Südost-Europa-Netzwerks von IZOMOS, des Beratergremiums für Kulturerbe der UNESCO. Schön, Frau Jäger-Klein, Sie auf diesem Weg wieder einmal zu sprechen oder zu lesen in meinem Fall. Philipp Müllecker noch einmal. Was, wenn Serbien der EU beitritt und weiterhin den Kosovo nicht anerkennt? Das wird nicht passieren, ist meine Hoffnung. Könnte das den Integrationsprozess für den Kosovo nicht erschweren? Vor allem, da bislang eher eine Normalisierung der Beziehungen als eine offizielle Anerkennung von EU-Seite gefordert wird. Gut, der Kosovo ist anerkannt von 23 oder besser gesagt 22 EU-Mitgliedstaaten. Fast allen. Eine kleine Minderheit ist noch nicht anerkennend. Und das Europäische Parlament, das im Namen der Bürgerinnen und Bürger spricht, hat überhaupt keinen Zweifel an der Staatlichkeit des Kosovo. Allerletzte Frage von Mergim Latifi. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wann rechnen Sie mit der Mitgliedschaft von Kosovo im UNESCO-Weltkulturerbe? Das ist eine Frage, die verwandt ist mit der Frage, die die Frau Prof. Jäger-Klein auch schon aufgeworfen hat. Nullsim, ich weiß mittlerweile, wie du arbeitest. Du kannst doch viele Fragen auf einmal verarbeiten. Das waren jetzt alle. Und ich freue mich sehr auf deine Antworten. Natürlich juckt es mich auch, auf das eine oder andere einzugehen aus Leidenschaft für den Kosovo. Aber das können wir an anderer Stelle tun. Wir haben noch zwölf Minuten im geplanten Zeitrahmen. Und ich bin gespannt auf deine Reflexionen zu den Fragen, die jetzt aufgeworfen wurden. Das Wort ist bei dir, lieber Lulsim Planer, Herr Botschafter. Danke für die Fragen. Ich werde es versuchen nochmal, ich habe so ganz fleißig mitgeschrieben, dass ich da wirklich nicht vergesse. Aber bitte, wenn es dann wirklich noch gibt, dann bitte so einen Kommentar kurz. Also was Landwirtschaft anbelangt. Natürlich, wenn man als Botschafter, man stellt sich immer so die Frage, also was sind die Stärken des eigenen Landes? Und natürlich ist das Landwirtschaft. Ich habe das auch nur vorhin angedeutet, wie wichtig ist, dass der Warenaustausch ist. Und ich bin auf diesen Ansatz so gelandet, dass es muss eine Win-Win-Situation sein. Vor allem mit den Unternehmen in Österreich. Wenn man zum Einkaufen geht, also man sieht, dass da wirklich, es besteht immer eine Nische aus den westlichen Balkanländern und man sieht die Produkte. Aber man schaut, wo bleiben die Produkte von meinem Land zum Beispiel oder gibt es da Probleme? Und ich habe da wirklich ganz genau den Dialog mal ausgesucht mit den Unternehmen hier und mit den Familien und natürlich auch dann mit verschiedenen Landwirten hier, wo ich eine Diskussion da noch hatte. Also ganz, selbst wenn das Pandemie war, ich habe das wirklich so mit den Abständen und mit den Maßnahmen versucht, das wirklich herauszubekommen. Und was wäre wirklich das so eine Möglichkeit? Und daraufhin bin ich dann in Kosovo geflogen, wo ich dann mit unseren Unternehmen einen Kontakt da noch hatte. Und ich habe da herausgefunden, dass es muss eine Win-Win-Situation kommen, wenn es da wirklich die Landwirtschaft für Produkte gibt. Ich habe die Unternehmen auch mal versucht und es besteht da Bedarf, wirklich die Produkte zu exportieren und hier auch dann so zu importieren. Ich denke, wenn es da Produktion gibt und da hier eine Vermarktungsnische oder Möglichkeit gibt, ich denke, werden es ja viele, viele einen Job da bekommen. Das wäre es dann auch eine Perspektive und genauso würde es ja auch eine Perspektive zugesichert. Also man kommt zu den Gedanken, wirklich das Land wirklich ohne Perspektive da zu schauen. Man kann wirklich all dieser schönen Akte, was wir da noch haben, wirklich dann zu arbeiten. Und ich denke, das wäre dieses Produkt, wo wir im Bereich des Landwirtschafts oder eben des Bewahrenhandels auch nochmal darauf da noch eingehen würden. Ich denke, das ereignet sich eine sehr, sehr gute Perspektive, wo ich dann wirklich mit meinen Besuchen in verschiedenen Bundesländern hier war und örtlich auf einer Willkommens, ich würde sagen, Fuß oder eben Möglichkeit da gestoßen bin. Und ich denke, darauf können wir auch dann gemeinsam auch nochmal auf die anderen Veranstaltungen noch tiefer eingehen. Das ist ein Dialog und das mit Prespa. Ich denke, wir hatten auf dem Balkan diese drei Schwerpunkte zu tun und es war Prespa und es war der Dialog. Und ich denke, das größte Problem wird es dann noch in Bosnien geben. Ich bin jetzt ein Botschafter von Kosovo, aber wenn man die politische Lage auf dem Balkan sieht, ich denke, wenn man mit unseren Bemühungen oder seitens der EU noch mehr aktiv ist. Und ich denke, auch dann die Rolle der USA ist ja auch dann umstritten. Aber auf der anderen Seite, wir sind engagiert, wir bleiben da. Und mit diesem Dialog muss es dann wirklich ein Ende kommen, wo dann die gegenseitige Anerkennung auch noch kommen wird. Ich habe das auch vorhin betont, dass auch Seiten Serbiens Schritte gemacht werden müssen. Und also das sehe ich da wirklich, dass mit Prespa ist es schon hinter sich. Also man sieht wirklich, wenn man sich engagiert, man hat ein konkretes Ergebnis. Und ich denke, da sind wir auch. Und da müssen wir aber auch seit zehn Jahren, da müssen wir dann ganz langsam auch dann, genau wo es dann die gegenseitige Anerkennung kommt. Und das andere, ich denke, die EU wird sich dann so engagieren, dass sie auch dann mitkorten, ganz langsam. Und deswegen ist es auch dann wirklich eine Bejahung des gemeinsames Beitritts auch dann der Westfalkanländer auch dann in die EU. Das war auch dann von den wirklich sehr verehrten Günther Fehlinger, die also wirklich auch dann hier die Gelegenheit nutzt, zu begrüßen. Ein ganz großer Beitrag auch in der Freundschaftsgruppe, aber auch dann hier. Kosovo engagiert sich. Also von Anfang an angedeutet, das bleibt dann unsere einzige. Und es ist die einzige, also es gibt keine andere Alternative. Mitglied in der EU und gleich auch in der NATO. Und das wird sich schon auch so ergeben, also Kosovo hat jetzt auch ein Verteidigungsministerium und hat da wirklich alles auch dann nach den Richtlinien von NATO auch so wirklich so engagiert. Und wir wollen wirklich, und das muss ich auch noch betonen, vor ein paar Wochen hatten wir ein kleines Team auch dann von der Kosovo Security Force auf den Ausland geschickt. Das heißt also von den Kosovo zeigt sich auch dann wirklich, dass es für Ruhe und Frieden einen Beitrag leisten kann. Und ich denke, das wird sich auch dann langsam auch in der NATO-Mitgliedschaft das auch wirklich sehr gut da noch zeigen. Was den WTO und all den internationalen Organisationen, also ich würde hier noch sagen, ich persönlich wünsche man sich immer so für das Land, also wir bleiben engagiert. Ich will jetzt auch da nicht sagen, natürlich für eine solche Entscheidung, es obliegt dann immer den gewählten Politiker, aber auf der anderen Seite, wir sind engagiert, dass wir weiterhin, also wir hatten gestern die Präsentation oder die Vorstellung des Regierungsprogramms, wir arbeiten auch noch hart daran und was UNESCO auch sehr wichtig, ich kann das auch sehr gut verstehen. Wir hatten auch dann den letzten, also ich glaube vorgestern oder gestern war der Brief von unserer Außenministerin und Kulturminister, dass wir auch dann eben all diese Endangered-Zeit da noch so darauf eingegangen sind. In Kosovo wird ja auch dann nichts gedroht. Also ich muss dann auch ehrlich sagen, es gibt die Verfassung, die wir noch haben, es ist so einzigartig innerhalb der europäischen Kontinents, würde ich mal so sagen, dass da wirklich all diese Sites gewahrt bleiben. Und in Kosovo, ich glaube, es besteht da kein Interesse noch auf irgendwelche Sites da noch zu beschädigen oder zu gedrohen. Also das sind wir auch noch offen. Jeder kann Kosovo besuchen. Ich freue mich dann wirklich für jeden eine Agenda zu machen, in Kosovo zu besuchen. Und ich danke auch dann für den Beitrag auch an Professorin Karolina Jäger-Klein. Wir stehen auch bereit für den weiteren Austausch. Aber in Kosovo wird ja nichts gedroht. Auf der anderen Seite, wir werden uns bemühen, so viel wie möglich, natürlich, dass wir Teil der verschiedenen Organisationen sind. Und das bereichert auch dann die Subjektivität Kosovos auf dem internationalen Podium. Wir sind auch ein kleines Land. Natürlich, die Unterstützung wird ja weiterhin benötigt. Ich möchte hier auch nochmal die Unterstützung Österreichs auch dann in jedem Bereich. Und ich denke, da können wir auch dann auch selbst diese Herausforderungen auch gemeinsam noch bestreiten. Genauso gilt es auch dann für die WTO. Auch in der Vergangenheit, Kosovo hat so viel Erfahrung mit den Mitgliedschaften. Und natürlich, wir müssen hier auch so ganz präzise sein, das wird unser Weg sein. Und wie wird das auch so gestellt? Und ich denke, gemeinsam mit der Außenministerin, die da wirklich jetzt auch neu im Posten, aber sehr engagiert ist, wir werden es ja auch dann demnächst ganz positive Signale auch nur senden. Und es bleibt dann aber auch, wie die Diplomatie manchmal auch verlangt, dass wir gemeinsam, aber auch dann mit unserem Partner all diesen Weg und nochmal diesen Austausch, die schließt das nicht jetzt noch aus. Also wir hatten, wie gesagt, gestern die Vorstellung des Kuhn-Rams. Aber es bleibt dann nochmal in der nächsten Zeit nochmal gemeinsam, dass wir noch austauschen, um über diese Ziele nochmal darauf dann noch einzugehen. Danke, Herr Botschafter. Das war wirklich eine wertvolle, dichte, substanzielle Stunde. Man merkt, wie Sie, Herr Botschafter, wie du, Herr Botschafter, dich schon eingearbeitet hast in Österreich in dem guten Jahr. Man verliert ja die zeitliche Dimension, den zeitlichen Überblick während dieser Pandemie. Und ich bin sehr, sehr froh, dich in Österreich zu wissen und diese gute Zusammenarbeit pflegen zu können. Ich freue mich auch, dass das Ganze heute eine Kooperationsveranstaltung des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa und der Diplomatischen Akademie ist, wenn ich Emil Briggs so richtig verstehe, weil das so unglaublich wertvoll ist. Ich darf zitieren aus dem Buch meiner Kollegin Ulrike Lunacek, die Kosovo-Berichterstatterin des österreichischen, des europäischen Parlaments war und in ihrem Buch einen Amerikaner zitiert, der offenbar gesagt hat, Österreich habe kaum geopolitische Bedeutung, nur am Balkan sei Österreich eine Weltmacht. Ich sage das nicht, weil ich mich gerne als Weltmacht gerieren möchte, als Österreicher. Ich sage das eher, weil ich die Verantwortung, die wir Österreicherinnen und Österreicher haben, historisch auch gegenwärtig, auch durch die vielen menschlichen Beziehungen und Verknüpfungen zwischen Österreich, dem Westbalkan und speziell dem Kosovo, weil ich diese Verantwortung unterstreichen möchte. Und dieser Verantwortung kommen Erhard Bussegg und Emil Briggs nach. Viele, die heute teilgenommen haben. Andreas Schauer hat in den Chat sich auch bei dir, Herr Botschafter, und bei uns bedankt für die heutige Veranstaltung. Ich danke vor allem den Teilnehmenden dafür, dass sie die Veranstaltung bereichern und nicht nur durch Fragen, sondern auch durch aufmerksame Beiträge auf den verschiedenen Kanälen wirklich unterstützt haben. Für mich selber ist auch vieles dabei, das ich neu mitnehme, unter anderem, was Frau Jäger-Klein eigentlich zum Weltkulturerbe wieder gesagt hat, etwas, das hatte ich schon mal am Radar, und wie das Leben so spielt, ist es wieder aus dem Radar geraten. Und ich wäre nicht ganz glücklich, würde ich nicht noch mal das Silicon Valley Europas erwähnen, weil Digitalisierung, Investitionen in Digitalisierung, vielleicht hört ja jemand zu, der sinnvolle Anlage auf nachhaltiger, zukunftsfähiger Basis auch sucht, in Menschen, die ganz viel Leidenschaft wissen, Willen und Arbeitsintensität einbringen und die jung sind, dann wäre es auch gut, diese Dimension des Kosovo vor Augen zu haben. Herr Botschafter, möchtest du noch verabschiedende Schlussworte sagen? Dann, Lulz Simplaner, freue ich mich auf dein Schlusswort. Vielen herzlichen Dank zu all das, möchte ich die Organisatoren, also Herr Dr. Busek, Herr Botschafter BRICS und an dich, Lukas, wirklich ganz, ganz vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns auch dann für ein breiteres Spektrum, also die Pandemie hat das uns auch dann so, aber zumindest auch dann auch durch die Akademie, auch dann ermöglicht, dass wir weiterhin auch diskutieren, austauschen und dass wir auch dann über, sage ich mal so, auch die Sorgen Balkans oder auch unseren Weg, die Probleme oder eben all dieser, dass wir auch nochmal da austauschen und dann näher dann in Kontakt sehen. Ich denke, ich muss da noch zugeben, also die Rolle Österreichs, weil sie immer sehr, sehr, sehr bedeutend für den westlichen Balkan, auch in jeglicher Hinsicht, also ich sage auch dann zuletzt in der Pandemiebekämpfung, daher möchte ich auch noch meinen ganz großen Dank aussprechen, auch dann von ganz Kosovan, weil ich vertrete dich hier deswegen, aber ich kann auch dann auch für die Region auch noch, weil das Engagement ist wirklich da und die tatkräftige Unterstützung. Ich werde auf jeden Fall so lange, also ich werde auch dann hier in Wien noch weiterhin für Kosovo, aber auch dann für die Region und all das, was wir wirklich da noch anbieten können, dass da wirklich die Region, aber auch Kosovo, eine Bereicherung für die Europäische Union ist. Und ich denke, die Möglichkeit, die unsere Jugendlichen und vor allem unsere Diaspora noch hatten, hat sich dann so gezeigt, dass wir sind ein Mehrwert für die Europäische Union. Wir können auch einen Beitrag leisten für Frieden, Ruhe und Stabilität. Und auf jeden Fall wird das auch mich persönlich engagieren, dass sie weiterhin für die Pflege und die Vertiefung der sehr guten bilateralen Beziehungen, nicht nur auf meine Vorgängerkollegen, die hier so geleistet haben. Und ich denke, das wird auch dann wirklich ein Ansporn, auch für die nächsten Generationen, diese sehr guten Beziehungen, weil wir kennen, dass Wien einen ganz großen Beitrag für die Staatlichkeit Kosovo hatte. Wiener Gespräche und Wiener, also 2005 und 2007. Und natürlich, also das bleibt auch dann das Engagement bei uns geprägt. Also daher bleibt es auch dann für uns ein Ansporn, diese exzellente Beziehungen weiterhin zu vertiefen. Und auch einen ganz großen Dank an dich, lieber Lukas, dass das Kosovo auch dann innerhalb der EU oder im Europäischen Parlament auch noch gehört wird. Und das ist auch einen ganz großen Dank. Und wie gesagt, würde ich mich dann freuen, auch an den allen Zuschauern oder die da wirklich da noch zugeschaltet sind, denn uns entweder auf Facebook-Seiten oder direkt dann, wenn es da wirklich Fragen da noch gibt, würde ich mich dann freuen für den weiteren Austausch. Ganz, ganz großen Dank, Herr Botschafter Briggs, auch dann an Sie und Herr Bundeskanzler AD, Dr. Busek für die Unterstützung und an dich, Lukas. Und ich freue mich dann weiterhin, auch dann in der nächsten Zeit persönlich zu treffen und auch zu tauschen. Großen Dank. Alles Liebe und Gute, vor allem in der Rede auch von meiner Seite ein großes Dankeschön. Emil Briggs, trägst du noch etwas bei zu den Schlussworten? Möchtest du? Ja, lieber Lukas, ich möchte mich anschließend dem Dank an eine wirklich präzise, eine Stunde lang Diskussion. Herr Botschafter, ich darf das offen sagen, wir haben ja öfters Botschaftergespräche, aber nicht viele sind so präzise und so, glaube ich, interessant geführt wie das von Ihnen. Und ich verspreche, dass wir als Diplomatische Akademie in diesem Bildungsbereich mit Ihnen und dem Kosovo eng zusammenarbeiten. Wir haben derzeit am Radar, dass wir gemeinsam mit der ADA die Universitätsverwaltung, der Universität Pristina gemeinsam modernisieren. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das machen werden. Ich verspreche, dass wir auch bei der Diplomatischen Akademie in Pristina eine Kooperation nicht nur beginnen, sondern tatsächlich auch hier Gemeinsamkeiten bei diesem Aufbau machen. Und letztlich leider, ich muss mich entschuldigen, üblicherweise 60 Personen der Diplomatischen Akademie, Studierende aus 50 Ländern, sollten jetzt im Kosovo sein, weil unsere Studierenden jedes Jahr eine große Westbalkanreise machen. In diesem Jahr findet es leider nicht statt. Ich melde mich schon an, Herr Botschafter. Im kommenden Jahr kommen wir mit 60 Studierenden. Wir fahren immer vom Belgrad nach Pristina. Und wir wollen, dass das auch leicht und ohne weiteres möglich sein wird. Ich freue mich jedenfalls spätestens im nächsten Mai mit diesen Studierenden in den Kosovo zu kommen. Sie sehen, man kann viel tun. Wir versprechen, wir tun es auch. Lieber Lukas, danke vielmals, dass ich das auch noch sagen durfte, weil ich glaube, so praktische Beispiele sind wichtig für die Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank. Was für schöne Perspektiven, die wir auch alle realisieren können, wenn auch die persönliche Begegnung und die Bewegungsfreiheit wieder da sein werden. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie alle gesund. Bleibt gesund, alle miteinander, per Sie, per Du. Grüße aus Brüssel, aus dem Europäischen Parlament und bis bald hoffentlich im realen Leben. Fahle Minderit. Fahle Minderit schon.